Hi! Ah, Löhle! Dann halt in der Reihenfolge. Das ist immer die Reihenfolge gewesen oder nicht? Es ist so lange her. Ich weiß es nicht. Es gab eigentlich technische Schwierigkeiten und so weiter. Nach Ewigkeiten. Borderlands! Sehr richtig, ja. Und ich habe die Funktion gefunden, mit der man die Earbox, Schiffscodes, einlösen kann. Dann haben wir das auch gleich mal getan. Ich besitze jetzt 121 goldene Schlüssel. Ich besitze weniger, aber das ist trotzdem mehr als genug. Und deswegen erstmal diese Kiste. Woher hast du 121 davon? Er hat einfach keine Hobbys gehabt und diese Codes 25 vereingegeben. Könnt ihr die Wachen jetzt auch auswählen oder kann das nur ich? Ich kann die sehen und auswählen. Könnt ihr die theoretisch auch nehmen. Aber das sind keine. Mal schauen. Ah, hast du mal recht. Die eine ist pink, die andere ist leader. Ja. Haben wir uns nicht sicher. Mal schauen. Gut gemacht. Hm, 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 hm. Let's go fast to rifle. Erstmal Caster. Ist eine Pistole, ne? Ne, ist ein SMG. 120? Ne, ist nicht meins. Ich nehme einfach beide. Jo. Lust auf Nina. Öffne ich die auch mal? Ja. Hm. Ja, warum nicht? Tadaa. Irgendegend Aegis. Bah. Sohlen. Sure. Die eine ist einfach mal richtig scheiße. Wie Aegis. Hm. Nagnom ist irgendwie cool, aber... Naja. Ja. Plus 50 Nachkampf? Ja. Ja. Geht. Und wir haben rausgefunden, dass diese Schrotflinte hier sehr effektiv gegen Menschen ist. Im Sinne gegen diesen Menschen. Ne? Ach, ist das... Das ist ein... Feuerstoß. Feuerstoß. Möchtest du auch mal öffnen? Joa. Kann ich jetzt auch noch mal machen. So, jede einmal. Einfach, falls es geht. Ja, ich hatte wieder unglaublich geile Waffen wahrscheinlich. Nächste Mal auch noch Pistolen. Feuerwaffen. Feuerwaffen sind generell ganz lustig, aber die ist zu schwach. Dann bitte. Nein, nein, ist gut. Ganz nah. Ich muss noch mal eine öffnen. Ich hab mich dazu einfach entschieden. Gut, dann öffne du noch mal eine. Wo sieht man eigentlich, wie viele Schlüssel man hat? Die werden dir angezeigt. Ach, schon wieder Pistolen. Diese ganze Folge werden wir nur in der Lesung rumlaufen. Schon. Nein, das ist auch nichts für mich. Mensch, vergleich mal mit einem anderen... Ne, nicht mit der, was wir nennen. Ja, der. Geiler Sumater-Stell. Aber ansonsten. Beide nicht genau genug. Verkaufe ich. Okay. Das machen wir aber erst später, oder wenn's nötig wird. Denke ich mal, oder? Ja. Ja. Ich bin halt mit meinen Waffen jetzt am wenigsten zufrieden, glaub ich, von uns drei. Aber es passt schon. Bin ich irgendwie immer. Ja, meine Waffen sind auch uralt. Aber ich hab mich drauf versteift, äh, eine Metage anzunehmen. Ja, ist ja okay. Und wo sehe ich jetzt, wie viele Schlüssel ich habe? Erstmal hattest du das jedes Mal sehen können, als du die Kiste geöffnet hast, wie ich dir schon gesagt habe. Aha. Nach oben, bei dem fünften Punkt im Menü. Bei diesem Orden. Wer das an? Ah ja, es wird einem angezeigt, wenn man nur an die Kiste geht, schon. Okay. Achso, dann auch schon, okay. Alles cool. Ach, stimmt. Jo. So, eigentlich hatten wir ja gesagt, Nebenmissionen, aber... Konstantin will nicht. Das stimmt nicht. Was stimmt dann? Ich bin nicht der Einzige, der nicht will. Es ist ein Teil der Wahrheit gewesen, nicht die ganze, da hast du recht. Skin-Anpassung, na dann. Ein Kommando. Jo. Ah, hey. Gut, wir sollten jetzt... Wo lauft ihr hin? Ich lauf zu Roland hoch. Auf Umwegen. Vielleicht... Ist hier noch was drin zum Beispiel. Rhythm. Ich bezahle dich. Ganz einfach. Quests. Und zwei Regeln drin. Ja, es war eine Regeln drin. Ja, Nebenquest oder nicht? Kannst du kurz stehen bleiben? Ich brauche was von dir. Ja, hm. Sag an. Miss Gewalt und Pizza. Ja. Mhm. Ja. Dann gehen wir mal zu Moxie. Dann gehen wir mal zu Moxie. Also machen wir doch neben Missionen zumindest kurz. Nun denn. So, Moxie. War irgendwo da die Ecke runter, meine ich. Ach, ich kann mir... Wir können ja noch Sachen öffnen. Ja, aber das ist Kleingram. Ich hab grad noch eine Regeln gefunden. Ja, ist gut. Wir haben die Ecke mit uns. So, hiiii... Moxie. Außer man ist doch hier irgendwo unsere Privatkiste, wo wir auch so Waffen lagern könnten, oder nicht? Naja. Egal. Ach, da ist die Pizza, okay. Ihr dürftet gerne auch auf mich warten, ne? Ich bei Moxie. Ja, ja. Danke. Okay. Ja. Zum Versteck, also. Ich hoffe einfach mal, dass das weiterhin hier in Elysium ist. Müsste es eigentlich, aber... Versteck spätestens wahrscheinlich nicht mehr. Mal schauen. Ansonsten... Lauf mal draus. Kann uns die Zeit lassen. Ja. Scheint rauszugehen. Das sowieso. Ui. Wow, dieser Boden spiegelt unglaublich krass. Ja, er ist halt nass, ne? Wasser. Eben. Spiegelwasser. Jo. Okay, wir müssen raus. Jo, dann gehen wir raus. Ganz einfach. Klick, klick, klick. Ladebildschirn! Juhu! So. Catch a Ride! Konnten wir jetzt eigentlich die Gangster-Dingern an normalen Catch a Ride holen? Nein, du bist kein Catch a Ride, wa? Catch a Ride ist da. Zum Glück lade ich auch nur am Lenkel von uns dreien. Willst du nicht. Dann hol mal dritte Wegen und so. Jo. Hauptsache, du holst die dann auch. Ja, ja, ich hol sie. So. Holst du sie? Ich hole sie, ja. Kein Stress. Die Farben sind jetzt ja grad nicht so wichtig. Ich möchte aber Farben haben. Ich snack da mal paar Leute hier, ne? Ja. Welche Farbe wirst du haben? Ich bin jetzt hier im Pinken drin. Hier sind die Eimer? Und hier sind die Sägeblätter. Was war geiler? Also, konntestern die einmal mehr gefallen. Die Fässer. Äh, Schützenplatz. Wie komm ich da hin? Äh, ich bin im Schützenplatz. Achso, das heißt... Nee, du... Nee, ich bin vorne drin gewesen. Du bist was Fahrer. Ja, stimmt. Ich konnt ja beiß musulieren, richtig. Wir brauchen nur noch eine Karre übrigens eigentlich, ne? Weil hier können vier Leute drin sitzen. Ja, aber... Naja, klar. Zwei Autos und mehr Autos sind mehr Autos. Und... Die können mehr schießen. Was? Zwei Autos sind mehr als eins? Nein. Kannst du nicht ernst meinen. Ach ja, echt. Das war diese komische Lenkung. Ja, sorry. Ich war bis gerade eben davon ausgegangen, dass ich meine Fighters nennen konnte. Aus welchen Gründen auch immer. Hey, wie kommst du drauf? Das ist doch für alle Spiele völlig ungewöhnlich, dass das funktioniert. Persönlich würde ich ja auch selber fahren, aber da ich jetzt die eigene Grafikkarte wieder eingebaut habe, wie die sich noch erinnern an mein Grafikkartenproblem... Das hatten wir ja nie gesagt, glaube ich. Doch, das hatten wir besprochen. Hatten wir? Okay. Mhm. Das weiß ich. Okay. Habe ich jetzt leider nicht mehr allzu viel FPS und das muss gerade so ausreichen mit dem, was ich habe. Ach, das ist das Versteck, ja. Denke ich mir die ganze Zeit, aber okay. Warte, stehen da schon Leute drin? War ja nicht gespawnt, ne? Nö. Lass dir mal spawnen, dann drehe ich die von hier aus um. Okay. Spawnen. Okay, das funktioniert nicht vernünftig. Nicht so ganz, ne? Oh, läuft doch. Alles gut. Ach. Läuft doch. Ach. Läuft doch. Alles gut. Ach, MadMaw ist auch wieder da. Super. Ja, ich habe, ich teste gerade meine gegen Schild effektive Waffe ausgelegt. Ne, das ist ja kein Schild. Das ist Panzerung. Au. Ich habe auch Säure für. I save you. Ah, passt schon. Ist dort schon. Okay. Siehst du? Wow. Was ist das? Das ist mein Raketenwerfer. Nein, dieses fette Etwas-Tier. MadMaw? MadMaw. MadMaw. Ich bin auch doof, ne? Da kann ich nur zustimmen. Und wieder knapp verpasst. Level up. Level 13. Korrosionsschaden. Okay, also erstmal ganz viel leveln. So. Ja. Ich konnte nicht vergessen, dass ich jeder mein... Kann Leute aufheben habe eigentlich. Hab mir zum... Ja, ich hab mein... Äh, das hat mal vergessen. Ich hab mir zum Beispiel eine neue Klaasmat gekauft. Ach ja. Konstantin und ich haben eine neue Klaasmat aus... Ähm, aus den Codes. Auch nicht so unglaublich geil, aber besser als das... Ja. So, ich hab wieder einen Punkt zu vergeben. So. Ach, das wieder. Okay. Einfach während ich ein Facelog aktiv hab, Feuerwarte plus 30 und Schaden plus 18, das find ich schon dozent geil. Hm. Strom oder Säure? Das ist jetzt die Frage. Strom... Strom oder Säure? Das ist hier die Frage. Mach zum... Ja, wiederhol's nochmal, genau. Ich nehm einfach Strom. So. Passt. Für die Grenade. Wer ist denn mit elektrischer Säure? Level ab. Ja, das geht leider noch nicht. Ich habe jetzt 6 von 5 Skillpunkten auf mehr Pep. Ist das nicht schön. Wie denn das? Ähm, meine Classmods erhöht die Skilllevel da. Ah, aber das funktioniert glaub ich nicht, oder? Ich weiß es nicht. Und das hat aber ne neue Fähigkeit. Sonsten kannst du auch einen rausnehmen, ne? Kann ich. Ja, man kann die neu verteilen. Ich weiß aber nicht mehr, wie das... Ja, aber das kostet. Ich kann das erste Mal nicht. Wird doch. Da bin ich. Da bin ich. Wie noch schön. Wirrer, böser Mönch. Wirrer, neutral, geistlicher. Geduldiges Sweetheart. So, okay. Gut, also weiter rein? Oder braucht ihr noch was? Ich brauche eine Waffe, mit der ich gut schießen kann. Ich hab momentan einfach nichts. Zählt mir auf. Dann baller ich halt wieder meine Pseudoraketen da rein. Die machen auch kaum Schaden und sind voll ungenau. Passt. Egal. Die leuchten schön. Mio. Ey, das ist fast die Waffe, die ich habe. Auf dem Bild. Doch, die hab ich noch. Die sollte ich vielleicht rausnehmen. Ja, wenn die mir da angezeigt wurde, hätte ich gern. Dann könnte ich auch was zu kurz mal ne andere Waffe rausnehmen. So, und wo genau sollen wir jetzt hier hin? Meine Munition... Ich hab Medikits gefunden, Leute! Braucht ihr irgendwer? Nö, ne? Heilung, nö. Oh, da hinten sind... Nur Maden. Die sind die ersten Gegner, ja. Hm? Wollen wir? Starre sie an. Nord ist dein Hobby! Muhahaha. Ja, Death Trap steht einfach voll im Weg. Danke. Das war brutal, DT. Das war brutal, DT. Du hast... Rennt einfach weiter und schnitzelt alles weg. Und wer hat aber selber weggeschnitzelt, Hilfe. Du hast was das schönes. Au. Ne Quest. Du hast meinen KI-Kern herausgeschossen. Ich brauche ein neues Kauhäuse. Ich will alles. Es gibt einen kaputten Konstruktor im Blatt schon dann. Setze mich in ihn ein und ich würde dich belohnen. Du kommst da vorne klar, ne? Jo. Gut. Waffe nachladen. War nicht mehr lange, aber... Ich bin die Größte! Ja. Dann wird schade. Ja. Die Waffe ist du. Opa. Boah. Kann ich nicht. Andere Waffe. Schnell. Kannst du ihn mal hochheben? Bin ich. Versuche ich. Na warte. Jetzt kriegt er eine Rakete in die Fresse. Pass auf. Mir hat ja gerade das ganze Magazin von... Eine Güte. Komm runter, Junge. So. Reis. Gleich. Zu spät. Schlecht. Und tot? Ja. Ich würde nicht Bescheid sagen, wenn ich noch Zeit hätte. Du kann nicht mitkriegen, dass du gestorben bist. Dieser Leck ist richtig grausam. Nein. Ich nehme du alles. Okay. Ist das wirklich nicht leicht, mit KMF-4s zu spielen? Ja, das kann ich mir denken. Aber besser als gar nichts. So langsam facken die so Kultflinden nur noch ab, ey. Echt, wieso? Die sind super. Ach, die sind zu ungenau, irgendwie. Zumindest mag ich meine. Die ist herrlich. Danke. Verdammt. Zu langsam. Zwei Handvoll Haas! So. Nummer 5 lebt! Okay. Nachlauben! Du bist ne geile Maschine! Ich werde sterben. Doch nicht. Kriegst du es hin? Lebe ja schon wieder. Aber er weiß wie lange. Nein, das ist ein Korbis, der da steht. Nicht du. Aber beide da. Okay. Okay. Holy shit. Juppie! Baby-Zeugs! Der beste Robot aller Zeiten! Lass knacken mit den Packen! Interessantes Schild, aber nein. Wie legt noch mehr die Kilt? Total Schilds sind ziemlich dämlich, habe ich den Eindruck. Oder ich meine, Schild für weniger Gesundheit ist seltsam. Ja, ist es. Fluchp. Feuerwaffe. Eine Waffe mit sehr effektiv. Es ist eine Feuerwaffe. Äh, du warst meine Feuerwaffe. Ja, die ist in ihren Sicht besser. Und sieht nice aus. Na? Ja, du mich auch. Jo, brennt schön. Super. Müssen wir schauen, ob ich irgendeine Waffe schon aufgesammelt habe, damit ich besser schießen kann. Hm, und weg ist er. Kann ich mit dir denn arbeiten? Nein, gar nicht. Ach, den Kram hatten wir schon. Okay. Warum muss ich spawnen, die Teile? Iridium. Jetzt sind dämlich. Juhu, Iridium. Wenn ihr hier haben wollt, werdet ihr euer Arsenal aufstocken müssen. Ihr könntet eure Männer mit hochwertigen Waffen aus meinen Armen ausrüsten. Kauft bei mir ein und diese Crimson Raiders sind in Nullkommanix. So ein Arsch. Karpum. Oh, Geld. Ein Geld. Unser Geld. Geh da mal weiter, Hanno. Ja, ich komme. Ach ja, die Kloschrift, ich erinnere mich. Ah, Alter. Deathcrap. Dieser Deathcrap voll in die Fresse schwebt. Soll ich euch demnächst vorwarnen? Ja. Soll ich das lieber? Okay. Na warte, Granate drauf. Oh, okay. Stachel schiebt. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Muni mehr, ne? Okay. Nö. Eridium. Warum kann man das eigentlich nicht automatisch aufnehmen? So muss man es eben machen. Das ist dämlich. Wer würde Eridium schon freiwillig liegen lassen? Ein Melee-Shield. Oh, shit. Fuck. Äh. Rocket Jump oder was war das gerade? Und weh. Du bist bei mir gerade über die Brüste umgesprungen. Und dann wieder zurück. Ich bin nur aus Versehen fast ins Wasser gefallen. Aha. Oh, der ist schon tot. So was von. Warum leuchtet dein Schild eigentlich lila, Konstantin? Was? Dein Schild leuchtet lila. Dein Schildmodul. Oh, ja, das... Könnte sein. Au. Das bringt mir trotzdem anscheinend nicht viel. Ja, gut. Ich meine, das war jetzt, ne? Mord ist dein Hobby! Wow. Komme. Das Trepp steht im Weg, meinen Kill zu retten, mein Überleben zu retten. Das Trepp hat mir gerade meine Möglichkeit ins Überleben umgebracht. Danke. Nicht danke. Ich kann nicht sein, wenn ich hier abgebombt werde, ja? Ich häng den Typen gerade ab. Ist gut. Hallo? Treffern? Bitte, danke. Hi. Hi. Und es killst. Sehr schön. Das mag mir noch gefallen. Genau so, DT. Ich fühle mich noch supermäßiger. Nein. Hör auf, Komme! Stimmt der. Wow. Wir müssen, glaube ich, gar nicht hier hoch, oder? Moment, Karte. Doch, wir müssen... Also, für den, ähm... Roboter müssen wir hier ganz durch. Mehr weiß ich nicht. Wir haben die Roboter-Quest gerade aktiviert, glaube ich, ja. Wow, ich habe unglaublich krass Lags. Okay, warte. Und die Moxie-Quest... Äh, nein. Das war nicht die Quest. Das waren die Quests. Da wisch den zu, cancel den Jack, babababababah. Wo ist die hin? Spielergruppe? Ja. Spielergruppe. Wir müssen auch hier raus anscheinend. Okay. Aber in eine andere Ecke, oder? Keine Ahnung. Ne, es ist, glaube ich, der selber Ausgang. Ja, scheint so. Oder? Ne. Da kommen wir gerade her. Okay. Müssen wir gleich also wieder zurück. Möglicherweise wird vielleicht jetzt zurück, wenn das gerade ein bisschen was unangenehm wird. Au. Na, jetzt ist es toll gemacht, Tobinia. Vielen Dank. Ja, oder auch nicht. Nicht, vielen Dank. Ohne, kriegen wir dauernd. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ohnein. Das kann nicht sein. Okay, das war's nur hier. Schade. Ich hatte es vor, aber es ging nicht. Du standest hier dann so einen halben Millimeter zu weit weg, als ich den Psycho gerade deaktiviert habe. Und cool wie Belebung und so. Ruhig bleiben. Ist gut. Ich bin auch gleich tot. Okay, da bin ich direkt wieder. Wow. Das ist ja kein weiter Weg, ne? Nicht wirklich. War es gerade mit Rakete? Jo. Okay. Die habe ich verschwendet für den Typen. Was heißt verschwendet? Was Besseres gibt bei den Zeilen nicht. Was ist so auf meine Füße zu zermatschen? Fakt. Wow, impressive. Schön. Gestorben, wenn man eine Sekunde später wiederbelebt. Das könnte der Beginn von etwas spitzenmäßigem sein. Die Medikits sind echt praktisch, die ich hier erzeugen kann, ne? Mhm. Dass ich von denen nie was sehe, ist auch praktisch. Ja, du musst halt in der Nähe sein, dass dein Medikits frocken. Ich kann halt momentan echt keinen Schaden mehr machen, ne? Jo. Weil ich halt nicht dazu komme, irgendwen anzuballern, weil ich einfach ständig mit Legs in der Ecke hänge. Ja, guck mal auf die Karte. Ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt von rechts oder von links zu erreichen? Das ist mittendrin. Eben drum. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass da hinten der Ausgang ist, aber da hinten auch die Nebenquests mit dem Roboter ist, also wir ruhig nochmal hinlaufen können. Okay, dann lauf mal hin. Wir haben die Zeit, ja. What the fuck? Das ist super mäßiger. No. Splatter. Das könnte für mich von etwas spitzenmäßigem sein. Ah. Wärme. Wärme. Vielen Dank.